Jetzt fällt es mir gerade auf. Herzlich willkommen zurück. Also, zu, ah genau, fangen wir anders an. Herzlich willkommen zurück zu Twilight Princess HD. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Ein neuer Aufnahmetag für mich. Es ist Nationalfeiertag gerade in Österreich, der 26.10. bei euch dürfte, 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 beim Ausstrahlungstag der 5.1.2022 bereit sein. Gut, ähm, passt auf. Herzlich willkommen zurück. Ich habe das falsch benannt. Ich habe irgendeine Folge, glaube ich, falsch benannt. Das Schattenreich hatte ich es, glaube ich, genannt. Ich weiß auch nicht, ob ich es umbenennen werde. Das ist aber der Schattenpalast in Wirklichkeit, habe ich gerade gesehen beim Ladescreen. So, wir haben beide Solars hier versenkt, würde ich behaupten. Und jetzt können wir da anscheinend zu Santos Schattenreich, denn unser Schwert, das Master Schwert, hat die Kraft der Solars jetzt inne. Es ist echt fast immer, fast in jedem Zelda nach Ocarina of Time, muss man das Master Schwert in irgendeiner Form wieder reaktivieren. Wind Waker musstest du es reaktivieren mit den Weisen, hier mit den Solars, das zumindest im Schattenreich gute Macht leistet. Bei Breath of the Wild musstest du die wahre Macht erst in dir wecken, dass du das wahre Potenzial... Wow, ich habe dort keine Herzen mehr. Das wahre Potenzial... Ich habe zu viel Fee getrunken, ich rebe zu schnell. Das Master Schwert entfalten konntest und so weiter. Tja, oder war es das? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht beinahmen, aber auf jeden Fall einiges war da zu tun. Schauen wir, was da oben jetzt zu machen ist. Da ist was Gegner. Was seid denn ihr für welche? Achso. Was ist mit dir? Ach, noch einer. Was ist mit dir? Jetzt. Okay, das soll kein Problem sein. Das haben wir ja gerade vorher schon. So. Perfekt. Hör ich, hopp. Freude. Ja, jetzt ist langsam, aber sicher, kommen wir in den Endspurt. Wenn nicht sicher, aber sicher. Ich weiß nicht mehr, wie weit es von hier aus, also vom Schattenreich, dann noch Richtung Hyrule Schloss ist und wie lange es dann noch dauert. Aber ich glaube, da ist nicht mehr so viel dann. Das heißt, sollten wir 80 Episoden schaffen, ist es viel, glaube ich. Und ansonsten wird es irgendwo in den 70ern jetzt enden mit dem Let's Play. Ja, aber schauen wir mal. Je länger ich rede, desto länger wird es dauern. Mal rein. Okay. Und du Ratte, und du Ratte, und du Ratte, und du Ratte. Das ist rattig, Alter. Das ist ein gemeinem Viecher. Wirklich. Und keine Herzen für mich. Keine Herzen für mich. Was ist denn das? Oh, okay. Oh, Mann. Ich mag die Attacke. Die ist nice. So, komm. Das funktioniert überraschend gut eigentlich, würde ich sagen. So, jetzt pass auf. Oh Gott. Fährt das jetzt schneller hoch als ich? Okay, nein, tut es nicht. Okay, alles gut, alles gut, alles cool. Ich mag das. Ah, und da drüben? Ah, ja. Okay, okay, okay. Verstehe. Da werden wir wahrscheinlich... Ah, hi. Santo. Boah, das ist jetzt effektiv mittlerweile. Das Schwert ist jetzt echt gut gegen den Schatten gewappnet. Mit den Solas. Boah. Hi, Jungs. Wo seid ihr? Wo kommt ihr her? Wo geht ihr hin? Santo-Köpfe. Uh. Herzchen, das brauchen wir. Lass mich raten. Das ist jetzt die Labyrinth-Karte. Oder vielleicht auch nur ein kleiner Schlüssel. Ein kleiner Schlüssel. Wer hätte denn das gedacht? Also, wenn ich schätzen müsste, ist es nach 77 oder 78 aus. Ich versuche es gerade zu erraten. Oh. Real. Ah, und da vorne. Ah ja, ah ja, ah ja. Also, sie hätten quasi Faulheit bestraft, wenn wir die Santo-Köpfe nicht getötet hätten. Hey, was ist jetzt? Wieso geht das nicht auf? Mann, ich wollte, und hier auch, wollte, ah Mann, ich wollte hier auch faul sein. Aber wenigstens gibt es ein paar Herzen dafür. Und direkt reingehen, aber das hat nicht reagiert. Das ist echt fies. Naja. Ah, wieder ein bisschen im Freien. Wieso auch nicht? Hi, Jungs, was geht? Stirbst du? Du stirbst. Sehr gut. Was haben wir hier eigentlich? Was ist das hier? Da sind wir viel zu viele. Das reicht's aber dann. Gut, da brauchen wir keinen Schlüssel, das sehe ich schon. Drüben ist ein Podest für eine Truhe, das heißt... Wir werden wahrscheinlich alle diese Vögel umnieten müssen und wir haben noch immer keine Pfeile. So, das fährt mich jetzt hoffentlich rüber. Hoppla. Und die zwei lassen dann die Kiste da drüben erscheinen, hoffe ich mal. Oh, hi. Willst du das wirklich? Hi. Uh-huh. Uh-huh. Merkst du? Oh, hi. Go. Hut. Wo ist der Nächste? Da ist ja noch einer. Einer ist noch hier. Hier. Hallihopp. Das musste reichen. So, jetzt aber. Komm. Whoa. Jetzt aber. Jetzt aber. Wunderbar. So, schnell geht das und wir holen uns herzen. Bitte bleib. Ja. Jetzt sind wir fast wiederfall. Oi, 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 oi. Was haben wir denn da? Ist da ein wildes Santo irgendwo ausgekommen? Der Kampf wird, glaube ich, mega mächtig und mega nervenaufreibend. Ich muss mich jetzt schon darauf einstellen, dass es mega nervig werden wird. Aber schauen wir mal. Komm. Oh, hi. Da wird wieder ein Phantom. Oh. Tja. Hopp. Und. Okay. Da drüben hat es aber auch nach einem Podest ausgesehen, dass es dann irgendwo hinfährt. Wow. Äh. Keine Ahnung. Das? Das fährt runter. Na toll. Glück gehabt. Also, jetzt müssen wir erraten, oder was, wie das gehen könnte. Also, wo es hingehen könnte. Ich versuche jetzt mal einfach diesen hier. Der fährt da nach vor. Okay. Oh. Ich versuche links. Das ist jetzt ein bisschen ein Rätselraten. Das könnte hinhauen. Ne Fee. Ich schau mal. Oh, oh. Nicht zu mir. Geh weg. Okay. Na, passt. Kommt zu mir kommen. Ist egal. Okay. Das könnte funktionieren, ohne dass ich jetzt noch eine Plattform brauche. Ei, 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 ei. Oder auch nicht. Bitte, bitte. Manchmal kommt mir die Reichweite sehr gut vor. Und manchmal ist sie gewaltigst schlecht. Zum Beispiel hier. Also, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wisst ihr, was wir machen? Pass auf. Jetzt brauche ich was Cooles. Hä? Ha! Ach so. Scheiße. Verdammt. Okay. Ich dachte mir, ich könnte die Sprungattacke relativ tief. Wann? Relativ tief, tief machen. Da. Gut. Probieren wir es nochmal mit dem da vorn. Und dann rechts. Das könnte gehen, weil der fährt einfach hoch und dann kann ich mich einhaken. Hoffe ich. Ja. Genau das, was ich gehofft habe, ist gerade eingetreten. Wunderbar. Okay. Passt, glaube ich, gerade. Das Ding ist, wohin geht es jetzt für uns? Ah, sehr gut. Du fährst eh dorthin, wo ich dich gern hätte. Du nervst übrigens. Gewaltig. Ich mag dich nicht. Oh, oh. Heia! Wo kommt er? Da kommt er. Hallo? Stirb! Ah, da kommt einer. Kommt der runter? Hoppla. Ah, über uns! Ich sehe es gerade. Sehr gut. Habe ich gerade noch erwischt, so? Jetzt pass auf, rohle. Hoppa! Wunderbar. Hopp! Hey! Das ist unfair. Hopp! Hi! Wo? Hi! Gut! Kommt da jetzt was? Hoppa! Schattenpalast! Schattenpalast! Yeah! Ein kleiner Schlüssel, das hätte mich ang... Oh Mann, wenn ich den Santo-Kopf unten nicht getötet hätte. Also immer alle Santo-Köpfe töten und dann geht's euch gut. Irgendwo einhaken? Nein, diesmal nicht. Na gut, ich geh gleich mal. So, schauen wir uns mal die Karte kurz an. Wir sind schon in Richtung Bossraum unterwegs. Ich hab nur noch keinen Boss-Schlüssel gefunden, ehrlich gesagt. Die Karte haben wir schon längst. Oh oh. Da wär irgendwo eine Kiste gewesen. Und ich hoffe nicht, dass das die... die Boss-Kiste gewesen wäre. Das wär halt ärgerlich. Aber dann müssen wir halt nochmal zurück. Es hilft dann ja eh nichts. Mal schauen. Vielleicht brauchen wir hier auch nichts. Doch, man hätte irgendwoher einen Boss-Schlüssel gebraucht. Den hab ich wohl versäumt. Ja. Das ist ärgerlich. Ich dachte's mir schon. Ich dachte's mir schon. Ich dachte's mir schon. Übelst. Das ist echt übelst. Warte mal kurz. Aber da ist sonst nichts, gell? Ja, nein, da müssen wir nochmal runter. Schade. Und die Voll-Eier-Taktik, indem wir... Ich tue mir die Minikante da jetzt. Wir müssen ein Stockwerk... Hoppla. Wir müssen ein Stockwerk... Runder. Ja, das war klar. Aber ein halbes Herz kann ich verkraften. So, da muss ich jetzt irgendwie ums Eck. Ist das jetzt nochmal im Freien? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber da muss ich irgendwie ums Eck. Da hab ich was übersehen. Aber echt was ganz Deutliches übersehen. Das geht mir nicht ganz ein gerade. Wieso, weshalb, warum. Ah, da! Hier sollte es dann eine Kiste oder einen Eingang oder irgendwas in die Richtung geben. Ich sehe nämlich hier einen Eingang. Hier müsste es irgendeine Art von Eingang geben. Okay, töten wir nochmal alles hier. Komm schon. Ich bin ja nicht sicher, wie das gehen soll. Ehrlich gesagt. Kommt ruhig. Kommt ruhig alle. Ich mach euch alle kalt. Ja, aber da irgendwo hinter dem Schatten-Ding muss der Master-Schlüssel sein. Es geht mir nicht ganz ein, wieso ich ihn jetzt nicht finde. Vielleicht müssen wir einfach alles töten hier. Kann doch sein, oder? Oh, wäre das Teil hier erhöht da in den Wasserfallgefahren, oder was? Und dort ist dann der Eingang. Kann das sein? Wärst du jetzt da reingefahren? Und ich war nur zu ungeduldig? Nein. Leider. Leider nein. Wie bringe ich die runter? Das ist jetzt die große Frage, gell? Okay. Einer ist noch. Den einen sollten wir doch noch irgendwie bekommen, oder? Komm, ich bin in deiner Sichtweite. Schau, da bin ich. Hallo. Hallo. Jetzt. Komm. Jetzt aber. Nein, da drüben ist noch einer. Okay. Mann. Das nervt gerade. Komm. Ja, was ist? Du siehst mich jetzt gerade nicht, gell? Ja, was ist? Komm. Ich krieg dich leider nicht ohne Pfeile. Ich hab keine Pfeile. So, jetzt aber, oder? Ah, jetzt seh ich's. Ah. Ich hätte mir das Ganze sparen können anscheinend. Schön gemacht. Muss man ja, upsie. Muss man ja sagen. Und da ist jetzt ein Eingang. Geht man davon aus? Ah, nein. Nur die Kiste. Okay. Wunderbarstens. Der große Schlüssel. Jetzt pass auf. Heuer. Hui. Ach, schade. Naja. Bevor es jetzt wirklich zu Santo geht, der Cut. Ich darf. Ich darf. Ich darf. Vielen Dank.